wie soll ich glaube ich hab's verstanden ich habe noch gar nicht aufgepasst deswegen bin ich ins feuer gesprungen du sprich das ist so toll das spiel zu viel toll ich hab gut gekackt wenn du auf die toilette willst dann nase zu okay get down that's right und da wo stein kommt bist du auch wenn vorsichtig stein kommt kommt der runter wann kommt denn der da ist die gute sprung nein ich bin in den stacheln okay ja ja aber ich hab's verstanden meine fresse ist das trolle ich werde das ist nicht der weg ich glaube es ist der weg wirklich alle ausprobiert jeden einzelnen also dieses labyrinth dieses labyrinth gemacht hat respekt richtig gute ich war ich mache jetzt auch safety bar so mini safety boys schnell weg von labyrinth ich kann nicht mehr sehen ich will nicht mehr tippen ich will nicht zieber kriegen das ist ja so etwas drunter so ich muss jetzt hier runter und gehen und dann warte ganz, warte, du hast gewonnen Was? Alter, geh weg mit dem Zeug! Ich will gar nicht wissen wo... So... Okay... So was von... Excited... Du Sioblion... Mach deine Sache und was? Warum? Warum was? Warum du den das so machen? Schlaberstaun Das... Okay, wo kann ich stehen? Hier kann ich stehen Just go! Woah... It's so easy! And you just fight a little shit out of this! And don't do double sprung, because you need to double sprung da unten noch! Ist auf keinen Fall verstanden... Man, nicht double sprung, weil da unten auch double sprung gebraucht wird! Okay... Ah... Ah... Hm... 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 ... Ach... Was? Oh, du, ich muss da drauf gehen! Da! Ja... Da... Da ist... Da siehst du dich in den Screen! Oh... Triple TROLL! Hehehe... Oh... Diese Lover-Rent ist doch am rum troll in! Und da ist auch noch Feier, darauf muss ich besonders aufpassen... Puuu... It's right! Too hardcore for you! Oops... Huh... Wiss du, 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 und mein Spiel? Es war zu spät. Es war zu spät. Ich denke, mit richtigem Timing hättest du es noch geschafft. Oh Mann, was rum? Warum? Wie kann das passieren? Keine Ahnung, wie das Letal ist, ist aber auf jeden Fall cool. Es ist Benji, der versucht sich durch das Labyrinth, doch geht da durch wie ein kleines Kind und verliert. Wird überrollt von den Bällen, denn er gehört nicht zu den Hellen. Leuten, die das auswaschen können, er hat es schon wieder verkackt. Benutzt doch deinen Doppelsprung, Digga. Ich hab's dir doch gesagt, du Sack. Warum tust du das nicht? Mein Freestyle ist so geil, weil ich schieße gleich mit meinem Schießball. Ja, cool. Und jetzt machst du wieder den Doppelsprung. Und der ist dir scheinbar doch gelungen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass du jetzt krepierst. Doch ich trinke jetzt lieber hier mein Bier. Oh Gott. You did it! You did it! Oh mein Gott. Ich hab keins mehr. Nein, keine Bier. Ich hab ein neues Bier. Kurze Partypause. Da bin ich... ey, da ist ein Apfel. Was macht der Apfel da? Oh nein, da ist der Apfel. Ich dachte, das wäre der letzte Apfel. Okay, okay, nochmal Safety-Speicherung. Wow! Gut verkackt. Die Hall of Former Beguys ist das. Bowser? Yes. Bowser kam doch nur als Tattentyp vor. Ja, aber Bowser war früher mal Beguys. Ich verstehe noch einfach nicht, was du sagst. Ja, aber klar. Ah, ich muss auf die Plattform, klar. Klar, oder? Schaff ich's doch rüber? Oh Gott. Ohne Double Spur natürlich nicht. Achte drauf, dass unten die Stacheln, ne? Ja, die gehen durch die Plattform. Das ist natürlich... Oh Gott. Safe. An den Lila-Lian. Yes. Komm nicht. Die paar Sekunden. Oh Gott. Oh Gott. Links, die... Ach ja, da sind ja die. Oh. So, so, so stupid. Okay, safe halt nicht. Triff halt nicht. Ach, nur für dich. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich dachte, ich würde die gar nicht mehr beachtet. Ja. Das fand ich gut. Siehst du hier so viel Zeitsparing? Oh, was war ich denn? Ultimate Zeitsparing. Leih, halt durch die Plattform. Nee, du weißt nicht drauf. Es ist dringend vorbei. Alter. Champion, Julia. Na ja, klar, dass das nochmal passieren musste. Geh rechts, sonst du springst in die Gestachel. Das ist doch scheißegal. Ups. Nee, wenn du nach rechts springst, du weg von Needbox. Wie die Dickener-Ding. Und pack dir nicht den Apfel, mach einfach. Okay? Doppelsprung und dann versuch inzwischen zweite und dritte Stacheln zu kommen. Ah, Mann. Das ist irgendwie ganz komisch, der Stacheln da. Ich mach's. Je nachdem, wie es gerade geht. Nein, natürlich kommt genau in den Moment der Apfel. Ist locker genau exakt so getimed. Definitiv. Es ist schließlich, I wanna be the girl. Oh, klar. Oh Gott. Oh, ich hab nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Sehr froh, dass du überhaupt einen Save-Point hast. Du meinst, der Schleifenbeuer hat mir keinen? Im Impossible-Modus hast du da keinen an der steht. Ja, ich bin ja auch nicht so behindert und spiele Impossible-Modus. Wenn du Impossi... Schreib's in die Kommentare, wenn ihr noch ein Let's Play mit Benji sehen wollt, dann war mit ihm alleine. Im Impossible-Modus. Yeah, bis er es schafft. Bis er es schafft. Meinst du, dass du es schaffen, wenn du dein ganzes Leben nur eine Wanna-Be-Be-Be-Guy verschwenden würdest? Ich glaube, man... Huch. Okay, dahinter kamen ganz viele Äpfel. Das machen wir Angst. Und ich hab keinen Save-Point gesehen. Es gibt ja tatsächlich Leute, die das machen. Die machen ja Speedruns von diesem Game. Und die spielen das dann auch auf Impossible. Und dann denke ich mir nur so, yo, ist okay. LOL. I wanna be the guy auf Impossible? Mhm. Impossible. Das nehme ich mir dann auch an sich immer. So spät wie möglich. Was ist denn? Oh Gott! Wait. LOL. LOL trifft's gut, ja. Also... Pfff... What the fuck? Das sieht schwer aus. But this is your last. Why don't you wait? Wie vorhin. Wartet, bis die Plattform so weit zurück ist wie möglich. You remember? Wir sind gut geklackt. So, jetzt hau rein, Alter. Jetzt hau rein, Alter. Bauser war ein besserer Geil als du. Ah! Warum bist du stehen geblieben? Hast du vergessen, dass der dich anrascht? Naja, hab ich tatsächlich nicht. Der hat mich nur ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Wie spät wie möglich. So, lauf. Mach deinen Doppelsprung da. Muss ich wohl. Dicke. Try hard, try hard, try hard, try hard. Benji. Schreibt in die Kommentare und feuert ihn an. Feuert ihn an. Immer dasselbe Move in der Stelle. Nun macht er es nicht, aus Prinzip. Stell dir vor, du, das Spiel wäre früher rausgekommen. Hättest du Bowser spielen müssen. Es schien ja der allererste begeistert zu sein. Wir waren der zweite da. Das wäre ja irgend so ein Asiatisch. Keine Ahnung, was das so einander war. Hä? Ey, ich möchte wirklich nicht mehr geil werden. Wenn ich das alles machen müsste. Lü-Lubu ist das. Ja, aber das sagt mir nichts. Jo, ist okay, Mann. Wow. Das wollte ich gar nicht, aber... Das ist verdammt schwer. Hau dich für den. Der Oben, du nicht sicher sein. What the fuck. Warte, wenn Apfel ganz rechts ist, dann du kannst machen Wandsprung an der Stelle. Ach im Übrigen. Ich spoiler mal. Warum? Letzter Endpost. Einziger Endpost mit Wandsprung. Geil. Geil. Wandsprung sind das Geilste, wo gibt's. Wenn der Apfel ganz links ist. Und du hast schon wieder die alte Steuerung. Nein. Oh, noch nicht. Ich denke. Oh, diese Stelle machen wir nicht fertig.